Moin 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 Leute, wir waren in der Hurt und heute spielen wir Theo die Ghosts. Halt mal. Naja. Ziemlich gut daran. Wer hat... Ich hasse auch Kimbo, ich hasse es einfach so. Ohja, er fischt. Das ist schon ein Satz. Nehmen wir nur die Dinge mit. Bullying. Kann man mal versuchen. Oh. So muss man das machen. Fuck. So, nur weil er stecken geblieben ist. Nur weil er stecken geblieben ist. Na ganz toll. Das ist... Hier sind wir immer wieder. Wenn ich zum Lachen habe. Na ganz toll. Das ist nicht so! Da, wir sind Φ Knifed? Knifed? Ja, ich bin richtig gut mit dem goldenen Messer. Affa! Ich bin richtig gut mit dem goldenen Messer eigentlich. Man, man, man. Ja, mischt man, das war der so Glückstreffer. Reiner Glückstreffer. Oh, 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 oh. Wer ist da? Oh, ja, mischt. Oh, ja, mischt. die ich liebe es ja es ist richtig richtig und zu sagen und die Welt und die alles kommt Wie, woher? Was ist davon da? Der bin ich auch richtig gut. Leif! Das wollte ich auch nicht. Das... Dennis? Oh, Mehrfachaufschluss? Ey, ich wusste gar nicht, dass ich die so viel habe. Oh, ja, aber. Nein, nein, nein. Oh, hier hab ich auch. Dies ist gut. Oh, ist du? Nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nur das hat kommen. Ist mal ehrlich, nur das hat kommen? Nein, jemand nimmt sie. Nein, niemand nimmt sie. Nein, niemand nimmt sie jetzt. Ach, schweb. Jetzt stirb. Jetzt stirb einfach nur als kalt. Wieso macht er kein Messer? Wieso Messer denn nicht? So, so. Das ist doch ganz leicht. Einfach Messer. Ich hab ja noch ein Messer. Genau, nimm mal ein Messer auszutafeln. Wie heißt der? Jetzt satt. Messer endlich mal. Wieso? Ja, das war so knapp. Ja. Da ist Schnee. Ja, das ist ja lauter. Ich spiele auch nicht gerne leise. Ich spiele auch nicht. Ich spiele auch nicht. Ich spiele auch nicht mit. Die 400 Milliarden. Nein! Sohn! Bloody hell. Vorräte-Waffler, Spielvorgabe. Hier sind die Sonnenfäden. Jupp! Nee! Maniac! Sag nicht das... Juggernaut! Nee! Das ist ja geil. So geht das durch. Erreigen sie in sieben Abschluss. Mit Verwohnung. Genau so langsam. Dann bin ich schneller, ja. So. So herr Schau... ... ... ... ... ... die hohe die Kapazität nicht spüren hat haben also und das ist so gut und sehr groß groß steh ich wieder da rumspunnen kann Ja, naja, kann man nix machen. Gehen bitte weg. Ja, 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 ja. Hier ist auch blöd. Man weiß gar nicht, ob wir da bleiben. Man fällt mir vielleicht. Was ist das? Oh, ne schöne T-Rakete. Ja, geil, alter. Wieso? Ich bin so umgesichtet. Tummi die eher so raus. Nämlich eher so, dass ich kann auf Knisterbombe. Keine Ahnung. Aber der wird diese Schwach. Da folge ich ihm. Das ist ebenfalls ein Stuhl. Mein Güte. Das ist so blöd. Das Ding aus dem Einwitteln kann. Dass man die Füße erst so sieht. Ist ne Oberkörper und nicht die Arme im Kletter. Wettelfeld finde ich, das ist hier nicht besser. ja sieben abschüsse die frau das ist eine frau das das naja komm schon mal reden kann man hier mit dem tue ich mir nicht voll gut schießen irgendwie heißt ich tue mal einfach gut je jesus christ zwei hittern und fast wieso machst du das nicht schneller ja juhu 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 wenn ich der letzte ja ich bin der letzte what the fuck mein controller hat mir vibriert also bitte nicht geschrecken so leute damit sage ich einfach mal ciao leute und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Golf Duty Ghosts ciao